Die Zielvereinbarungen, die sind meistens Zahlen, Daten, Fakten, irgendwelche harte Faktoren. Klar, so viel Umsatz, so viel mehr, weiß ich was. Aber mit Zahlen, Daten, Fakten bewegen wir nur ganz, ganz wenige Menschen. Es gibt Menschen, die sind monetär gesteuert und wenn du denen sagst und wenn du das Ziel erreichst, hast du eine Million Gratifikation extra, dann bewegen die sich aber so richtig. Das sind so richtige Treiber, aber die wahren Erfolgstreiber sind die Emotionen, die Gefühle und ich weiß, im Berufsleben, in der Wirtschaftswelt wird nicht viel von Gefühlen gesprochen. Bleibt dran, schon bald gibt es mehr Zweisamkeit in Zweisamgescheit.